In diesem Drill die Rubberguard und unterbinde alle gegnerischen Positionswechsel. Wir müssen an deiner Kontrolle aus der dominanten Position arbeiten, so wird das nichts. Zeig mir in diesem Drill, wie gute du Rubberguard halten und gegnerische Positionswechsel verhindern kannst. Genau so hält man die dominante Position, Kompliment! 1, 2, 3, 1, 2, 1. Das ist jetzt nur noch nicht Verwürdig sein! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018